einen wunderschönen guten tag hallo jetzt bin ich wieder im steuer der marco jetzt geht das endlich ein bisschen schneller ja wir haben einen schlüssel den werden wir natürlich jetzt stecken und da halten wir ein fischer mal dass ich für das aquarium was ja da muss bestimmt der wasserstand extrem erhöht ja klar was bist du eine tablette kreide will sie noch nie ach ach ich nehme den stoff ach ja an den stoff stimmt ja ja und jetzt ab an die nähmaschine jetzt können wir wieder losrad an bitteschin wie auch immer das ding ausschneiden aber nur ja geht ja so sie ist ja jetzt müssen die acht die knöpfe und auch ja die legt man nur noch drauf naja gut das obere ich die hätten das die animationen gemacht wie knöpfe angenäht werden ja der länger gedauert wieder cool gewesen so kätseli so tosti thanks right so the last time i saw santa cat i asked me is gonna bring me this year and he mumbled something about kittens being too naughty juhu dieses überall ist so schön warm vielen dank ok bei meinen letzten begegnungen mit dem weihnachtskater fragte ich ihn was er mir dieses jahr bringen würde er murmelte etwas über zu freche kätzchen und sagte dass er für immer gehen würde die haben mir rechtschreibfehler drin war mit wasser füllen ja mit woher denn wo nehmen das wasser her können die einfach gutes parkwasser nehmen ach für ein aquarium ist das voll ok er hätte auch einfach oben rein rein man wäre zu klein eine kiste die kann man bestimmt mit einem messer weg ratzen schön noch ein amulett und eine feile eine feile muss man was feilen ich wüsste es nie aber vielleicht das hier also der das schon mal gemacht haben respekt mit einer feile ja schloss durchsehen ja mache ich täglich so oh grau ist pop wo kam dieser ratau her zuerst eine schreibplokade und nun das wie meinen du suchst nach dem weihnachtskater nun freundchen ich suche nach inspiration kann sie mir dabei helfen bringe mir merlins buch wer immer es besitzt kann ein meister wert schreiben aha merlins buch wir haben doch ein buch das ist aber buch der aussage ach so naja dann wollen wir erst einmal hier wieder weg lupen wir haben ein lupen objekt und ich glaube wir hatten auch die tatze schon dazu ein jodt also ist ja hier eine schreibmaschine und das k kriegen wir ja noch wenn wir irgendwann mal so ein schüchen gefunden haben wir haben hier ein katzen emblem ach das war hier mit dem schlüssel bei den klavier bei beziehungsweise flügel ah hier kommt schon mal das katzen emblem rein und da haben wir ah na endlich haben wir das mal gekriegt das ist nämlich für den topf ja nämlich hier zack bang japp das schüchen halten wir auch schon das kommt hier rein und damit wird sie mir das dann ausspucken so das kam überdimensional schön und jetzt kannst du was schreiben oder auch nicht nachdem ich das hunde emblem aus der schreibmaschine bekommen habe da ist das buch drin naja ein amulett damit haben wir alle amuletten genau die amuletten wie schreibt man dazu amulette damit haben wir alle amulettaner keine ahnung so was muss ich denn hier machen hier kugel info lenke die kugel in das loch das deiner farbe entspricht drücke die pfeile um das leben nach rechts zu drehen links oder rechts zu drehen na das wird ja witzig da freue ich mich ah so fällt sie raus wusste ich jetzt nicht gold falsche richtung oder nö hat doch oh ne ja lass mal wieder rausfallen was haben wir jetzt blau wie soll ich denn bitte hier hinterkommen na gut eher hier hin aber wie kommst du denn dort hin hier fällt es da rein da fällt es raus weißt du tod das ist ja dämlich da ist blau wieso geht das auch nicht rein kannst du es dann in der zeit während Aside lebt dieses in der zeit нужно muss erst zu Ende gerollt sein. Ja. Falsche Richtung, Mist. Aber passiert ja nicht. Hier wäre ich jetzt ins Blau gekommen, aber es könnte klappen. Ja, so rum war es. Puh. Grün war fast dieselbe Stelle. Leider habe ich es vergessen. Hier lang? Nee, bestimmt nie. Komme ich jetzt noch zum Grün? Vielleicht so. Ja, so dürfte es klappen. Ja, jetzt komme ich, glaube ich, hin. Sie muss übelst konzentrieren, wenn die richtige Richtung dreht. Oh, wie muss ich hier nicht alle Farben machen? Sieht aber so aus. Gold. Ja, das habe ich ja immer irgendwie hingekriegt. Natürlich würde es jetzt nicht klappen. Jetzt kann er ja nur mehr rausfallen. Ja. Jui. Ja, wieso zählt denn das nie? Blau. Falsche Richtung. Von da kann ich nur die Orangene nehmen in die Richtung. Die goldene. Die goldene Gans. Mhm. So. 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 Äh. Ja. Gut. Das ist ja, äh, toll. Toll. Nee, vielleicht kann es ja nur rausfallen. Na toll. Na, die andere ist schon was gewesen. Ja. Das habe ich halt super gerettet. Na, erstmal weg damit. Äh, ja. Falsche Richtung. Aber die muss ich ja auch noch. Ja, aber so geht das nicht. Nee, da musst du auch wieder, äh. Ähm. Hättest du so rumgehen müssen, ne? Hier rum. Ja, aber das ist... So. Wie komme ich da dann später rein? Ach so, da müsste ich... Du musst jetzt hier runter... Ja. Wieder in die falsche Richtung gedreht. Haha. Ich müsste doch jetzt noch da hinkommen. Ja. Ja? Nö. Ja, nö. Nö. Und raus mit der Uschi. Ist das ein Dreck. So, jetzt nochmal gucken. Jetzt muss ich da hin. Ja, oder? Das passt jetzt. Jetzt muss ich ja da so drehen. Dann müsste es sich jetzt so drehen. Ja. 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 Da haben wir die Seite fertig. Ja. Klasse. Und jetzt musst du in die andere Richtung. Ich drehe immer falsch. Das ist mein Markenzeichen. Das ist auch richtig so, ne? Komme ich nochmal zurück? Nö. Ja, so macht man das. Nö. Na, dann fall mal raus. So. Wo muss ich jetzt hin? Nach links musste. Nach unten drinnen. Ja. So. Ne, andersrum. Nö. Da. Warum? Ach so, ja gut. Ich war jetzt nur bei rot. Verstehe ich nicht. So. Jetzt nach oben drehen. O. Wie ich so ein Spiel jetzt mag. Das war sinnlos falschrum. Ja. Sonst hättest du es jetzt gehabt. Naja. Irgendwas ist ja immer. Geh doch dort rein. Toll. Aber jetzt bist du den Weg. Jetzt war es nach unten? Na oben? Äh. So. Und so. So, da haben wir das blödeste Fass schon hinter uns. Nö. So. Hier ist noch oben. Ja. Dann wieder noch oben? Ist das toll. Die Laune, ja. Also ohne Musik und alles. Aber schon hin. Dann so. Jetzt nach oben. Ja. Nochmal. Und nochmal. Na jetzt die letzte. Nach oben. Juhu. Wir haben es vielleicht bald. Ja, jetzt dürfen wir es eigentlich schaffen. Nee. Welche Richtung? Hoch. Na endlich. Für das Zauberbuch. Jetzt haben wir Merlins Buch. Das gibst du ihm aber heute Abend. Jo. Bis dahin. Tschau.